Das Brüderschaftsfoto. Hände verankern, böse gucken und los geht's. Der Ausländer, der zum ersten Mal ein Smartphone besitzt und überall Fotos macht, weil er einfach übertrieben glücklich ist. Dann gibt es noch die Baba-Faust. Böse gucken, Faust machen, das benutzen die meisten Rapper. Der Kampfsportler. Auf jedem Bild hat er immer die Kampfsport-Pose, damit er zeigen kann, dass er Kampfsportler ist. Sogar auf der Hochzeit würde er diese Pose machen. Und der Typ, der vor Ort los Fotos macht, obwohl es sicher sein Auto ist, sondern ein Auto, was er gerade einfach dort auf der Straße gefunden hat, weiß, cool.